Freitagabend hieß es im Kreuz wieder Back to School. Beginn war um 23 Uhr und schon schnell hat sich die Tanzfläche gefüllt. Dank Mama-Zettel, schon ab 16 Jahren, zeigte die Jugend der Schulen, wie sie feiern können. Das Motto der Party lautete On Fleek, was so viel heißt wie genau auf den Punkt oder genau richtig. Das Motto der Ville ist weiter. Das Motto der Ville ist weiter. Das Motto der Ville ist weiter. Untertitelung des ZDF, 2020